Das Polytechnische Journal ist die älteste technische Zeitschrift Deutschlands, die ohne Verbindung zu einem Gewerbeverein entstanden ist. Sie war eine der bedeutendsten technischen Zeitschriften deutscher Sprache des 19. Jahrhunderts. Ihr Gründer und erster Herausgeber war der Augsburger Chemiker und Fabrikant Johann Gottfried Dingler. Verlegt wurde die Zeitschrift von dem Verlag J.G. Kotta in Stuttgart. Geschichte, sie erschien von 1820 bis 1931 und umfasst insgesamt 33.448 Artikel mit 3.495 Abbildungen in 370 Bänden und 24 Atlanten. 1820 bis 1825 erscheinen 3 Bände, 1826 bis 1899 4 Bände, 1900 bis 1931 ein Band. Zwischen 1878 und 1884 erschienen zu 24 Bänden Atlanten mit bis zu 42 ganzseitigen Abbildungen. Ein Teil der Beiträge besteht aus Rezensionen von Publikationen aus Europa und den USA. Ein weiterer Teil umfasst Übersetzungen und Beschreibungen von Patenten aus Europa und den USA. Vervollständigt wird der Überblick durch Beschreibungen und Erörterungen mannigfaltiger Verfahren aus allen Bereichen der Technik. Dinglers Projekt einer Polytechnik umfasste nicht weniger als die allgemeine Naturgeschichte, die Naturwissenschaft, die Chemie, die Mineralogie, die Pflanzenkunde, die Land- und Hauswirtschaft, die Maschinenlehre und Gewerbskunde, die Handels- und Warenkunde. Der große zeitliche Bogen, den das Polytechnische Journal umfasst, spannt sich von den ersten zarten Wurzeln der Elektrotechnik bis zum vorläufigen Abschluss der Relativitätstheorie. Waren es zunächst eher Fragen der sich langsam industrialisierenden Agrarkultur und des sich zunehmend mechanisierenden Handwerks, treten sukzessiv Bereiche wie Bergbau und Hüttenwesen, Maschinen- und Fahrzeugbau, Antriebstechnik, Chemische Verfahren, Elektro- oder Nachrichtentechnik hinzu. Neben der Diskussion von technischen Innovationen und Patentschriften behandelte das Polytechnische Journal auch die mit der Industrialisierung, verbundenen gesellschaftspolitischen und sozialen Fragen. Die Entstehung von Fabrikarbeiterschaft und Gewerkschaften wurden ebenso thematisiert wie die ersten Symptome industrieller Umweltverschmutzung. 1831 wurde sein Sohn Emil Maximilian Dingler Mitredakteur und gemeinschaftlicher Herausgeber. Kurz vor seinem Tod willigte dieser noch in die Umbenennung in Dingler's Polytechnisches Journal ein. Die Auflage betrug 1836-1500 Exemplare 1858 etwa 2500. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise stellte das Magazin 1931 sein Erscheinen ein. Mit einer Laufzeit von 111 Jahren ist diese Zeitschrift ein beispielloses europaweites Archiv der Technik, Wissens- und Kulturgeschichte. Nur in Großbritannien existiert mit Adi-Engineer eine noch längere Zeit verlegte technische Zeitschrift. Als Dingler Online wurde in einem Projekt des Instituts für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden der gesamte Bestand des Polytechnischen Journals, Text digitalisiert und unter der Creative Commons Lizenz CC bei NCND 3,0 frei im Internet verfügbar gemacht. Mancher der heute nach einer Alternative sucht, könnte bei einer Suche in diesem Werk unter Umständen feststellen, dass diese nur vergessen wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017